Peter, magst du die Solarzelle kurz hinsetzen? Ja, ich mach das kurz. Super, nur kurz, dass ich es aufladen kann, dass ich in den Nether gehen kann. Also wie baue ich mir so einen Nanosuit? Oh, voll, sorry, falsche. Guckst du Nanosuit? Aus Carbon und dann noch so ein Energy-Kristall. Da sind noch drei drin. Ich habe vorhin noch ein paar mehr gemacht. Sorry, das war die falsche. Was? Entschuldigung, nochmal. Guck ich Nanosuit, ja? Genau, Nanosuit und dann die Ressourcen sind fast alle da, bis auf den Kristall, danke wieder. Den musst du dir noch craften. Einen oder so, ich habe vorhin noch drei mehr. Die Carbon-Platten, die habt ihr schon hergestellt. Die habt ihr schon hergestellt. Mach alle Truhen auf, klau Sachen, Flo. Machst du auch dieses Schwerk holt, dieses Nano-Schwerk. Ihr haben ja schon so ein Broke, Omen. Gegen die Nanosuit selber. Voll Wahnsinn, ey. Glaube ich. Und das verbraucht halt auch Energie und verbraucht voll viel Energie. Ja, das haben wir halt noch nicht, Flo. Das bauen wir jetzt. Flo, soll ich dir auch mal so ein Nano-Ding da machen? Ja, bitte. Ihr sollt selber craften. Er hat noch nicht viel gecraftet. Nein, ich habe echt keine Ahnung von dem Spiel. Aber die sind ja viel weiter als wir, lol. Ja, richtig. Ne Farm! Die haben ne Farm! Wir haben doch auch ne Farm, oder nicht? Ja, aber deren Ihre ist hässlich. Ja, also, dann ist doch egal. Mit uns jetzt auch nicht. Wie, die haben Kühe? User was kicked from your channel. Hast du was zum Eason mitgenommen? Für deine Reise? Äh, ich... Nicht genug. Hast du Pfeile? Ja. Und so. Nein, ich habe nicht mehr meinen Bogen. Also, ihr macht das im Nether? Ja. Ja. Da. Rüstung. Oh, oh. Habe ich. Hä? Warum habe ich jetzt zweimal Nano-B... Lol. Wieso habe ich jetzt zweimal Nano-B... Ah, ne, jetzt habe ich nur einmal Nano-Boox. Okay. Ich habe ein paar solche Kristalle gemacht. Gut. Mal wieder zehn, oder was? Ja. Jakob, machst du mir einen Bogen? Ähm, Bogen ist ja ne Truhe. Ähm... Okay, Jakob, machst du mir Pfeile? Ne Nagel-Pfeile? Nein, musst du selber machen. Soll ich mir das Atman? Kannst du das Ding machen, oder nur normale? Normale reicht. Hä? Was? Was, normale? Normale Rüstung reicht, oder? Ich muss nicht das Advanced machen. Advanced, bitte. Advanced. Ne, ich habe auch nur ne Nano-Suit. Nano-Suit? Was meinst du, Advanced? Ich hätte jetzt noch ne... Ähm, auch ne Advanced, Nano-Chest-Blade. Advanced. Kannst du, glaub, gar nicht, noch gar nicht machen? Kannst du, glaub, gar nicht, noch gar nicht. So, wenn du ja kommst, dann nicht... Wir haben Echo auf dem Server. Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, dann gebe ich dir deinen Scheiß. Du kannst doch nicht machen, Jakob. Weil du brauchst ne Advanced Circuit und dafür brauchst du Close Zone Dust. Ja, das wollen wir. Zum Beispiel. Und du brauchst auch andere Sachen. Der Andi steht ja auch noch in dir drin. Ach, das ist der Andi. Hallo, 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 hallo. Außen bist du schwarz und innen bist du gelb. Du bist wie ne verfaulte Banane. Außen schwarz und innen ganz gelb. Oh, ich brauch noch Glas. Du bist echt ne verfaulte Banane. Ich will noch jemandem Glas ins Inventar werfen grad. Normales Glas. So, ich geh schon mal auf Nether-Tour. Nein, Andi, du musst warten. Doch, tschüss. Andreas, du geiles Stück, bleib jetzt da. Zu spät. Äh, wirfst du mir noch Glas ins Inventar, du? Ich hab kein Glas. Oh, Jakob, bringst du noch Fackeln mit in den Nether? Nee. Ach, das ist doch scheiße, Leute. Warte, ich hol schnell Glas. Glas. Das ist wieder, was ist los. Wie viel Glas denn? Äh, ich brauch nur zwei. So, da genau zwei, oder? Würde ich so jetzt nicht sagen. Ja, komm, ich glaub, wir haben vielleicht Glück. Warum? Ich sehe hier was Ender-Ton, äh, Ender-Ding-mäßiges. Festung. Ja, voll gut. Dann hätten wir echt lacken. Ja, das ist schon viel Kutsch. Ja. Der Jakob kotzt schwarze Sachen. Aber ihr müsst sie noch aufladen, bevor ihr geht. Hab ich. Wie geht das? Ja, das ist mein Toch. Ja, warte, 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 warte. An das Solarpanel? Äh, komm mal. Das hier ist das Solarpanel. Die zwei hier, ja, das sind jetzt erstmal unsere ersten. Im Moment gibt's da kein... Im Moment gibt's da noch kein Saft. Kann ich da was reintun? Im Moment gibt's da noch kein Saft. Ja, du hast doch gesagt, die ist halt hochkommen. Ja, aber das ist ganz Nacht. Nacht. Das ist ja scheiße mit der Nacht. Dann komm ich tags wieder. Diese scheiß Solarenergie, das ist einfach Quatsch. Ja, später gibt's auch welche, die nachts produzieren. Mach lieber als Atomstrom. Atomstrom ist viel besser. Aber echt, das ist auch viel gesünder. Peter, was soll ich denn jetzt aus dem Nether so alles mitbringen? Blazerods. Ja, das dauert ein bisschen, bis ich da bin. Ja, komm, die Ausreden wieder. Die Ausreden wieder. Ja, Andi, warte einfach kurz, bis ich auch noch da bin. Ja, ich farm einfach schon mal so ein bisschen. Ja, na, 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 na. Ähm, Frieda, kannst du denn noch ein paar Ender-Augen machen? Ja. Super. Ach, Augen? Wie gehen Augen? Es gibt Bäume, haben wir einige. Was gibt Bäume in den Nether? Ja, hier ist ein Bäume. Ja, es gibt Blaze Powder, also Blaze Rods Farm. Immer gut. Ja, aber ich muss mich doch erstmal aufladen, Andi. Ich kann nichts noch nicht rein. Ja, ja, ich hab mal keinen Gegner gesehen. Jakob, komm mal mit. Probier's mal da. Da. Ja. Probier's mal hier, ob das hier auch geht. Soll ich mich einfach neben dem Zahn stellen, oder was? Nein, ein Zero-Farm-Generator. Ja, oben reinstellen, oben reinmachen. Ach, das Zeug oben reinmachen. Ja. Dann muss ich das Spiel ausziehen. Probier das mal. Ich weiß nicht, ob das geht. Nee, geht nicht. Okay. Nee, geht nicht. Ah, aber wir können was anders machen. Nein, ist doch... Mach mal. Pass doch. Lol. Hier gibt's Sachen, die kann ich mit der Diamantspitzhacke nicht abbauen. Ach, nee. Ja, wo ging das Kabel eigentlich nochmal hin? Ach, stimmt. Und da hatten wir ja den Mace-Racer oben dran, ja. Brida, weißt du, was ich für Sachen mit einer Diamantspitzhacke nicht abbauen kann? Keine Ahnung. Weil ich hab hier so Erz gefunden, das kann ich nicht abbauen. Hey, Andi. Wie heißt der Erz? Pst. Vicky. Vicky. Ja, aber nicht. Ardite, oh. Also Ardite. Jetzt, Jakob, da kannst du's dranlegen. Ah, jetzt wollte ich grad wegrennen. Hab gedacht, das ist langweilig hier. Dann musst du die erstmal aufladen. Ja. Uh, oh. Besser als... Oh, wie dann dauert es denn aufzuladen? Oder ist schon Tag? Ist schon Tag, Flo? Nein. Ich war grad am Lesen. Heilige Scheiße. Das heißt, wenn ich jetzt nicht, ähm... Ah, oder kann ich die reifen? Jetzt braucht der auch noch ein Engine, um zu laufen, oder was? Das heißt, wenn ich jetzt Schaden bekomme, dann wird mir einfach Energie abgezogen, oder wie? War das? Ja, genau. Okay. Ich versteh's. Dann hab ich ja nochmal kurz einen Zeitenschluck aus der Pulle zu nehmen. Das ist so kompliziertes Spiel. Ich bin im Moment schon so am zu viel denken. Wieso, was denkst du denn, Flo? Die ganze Zeit lernen, 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 lernen. Wie ist das oder was? So ähnliche. Muss ich komplett aufladen, oder? Wie du willst. Wir haben in zweieinhalb Wochen Prüfung. Prüfung, was ist das? Aber echt. Keine Ahnung. Voll um die Suche gehört. Komm hier raus und ich werd gleich beschossen von dem Gas. What? Ja, wir müssen aber so ein bisschen, äh, noch was zum Rumbauen vielleicht. Oder nicht so, ne? Okay. Ich komm auch in, in another... Willst du mir da auch noch eine geile Spitzhacke machen, Friede? Wenn du grad dabei bist, irgendwie. Hä? Ich hab nur so eine geile Spitzhacke, ja. Ich bin jetzt grad ganz oben. Gut, mach ich. Entschuldigung. Was müssen wir denn alles im Netherfarm? Glowstone? Und sonst weiß ich grad ehrlich gesagt selber noch gar nicht. Und halt die, ähm, die Dinger, ähm, Blaze Rods. Okay. Von den, von den, wie heißen die nochmal? Äh, von den, ähm, blblblblblbl. Ich probier mal hier draußen kurz was. Ah, jetzt dieser scheiß Whisp, Mann. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Das war nicht witzig. He, he, he. Ja, wir haben halt, äh, wir haben halt freundliche Nachbarn. Hey, die Wim Bam. Neck der Fick. Was? Neck der Fick? Wow, das ist ja fast so gut wie eine Diamantrüstung. Ja. Hast du schon aufgeladen? Ja, Jakob, ich bin direkt neben dir. Ich hab's eben in der Netherfestung gespawnt. Wie geil ist das? Hast du's schon aufgeladen? Ich dachte, die Sonne ist weg. Ja, ich hab's unten an so einem Teil aufgeladen. Du kannst auch nachher an der Sonne machen gleich. Ich mach's an der Sonne. Wie viel Spitz haben willst du, Jakob? Äh, eine. Brauchst du noch ein Schwert? Wir haben ein Schwert? Ne, ich hab ein Eisenschwert. Und ich brauch mir nachher dann so ein Nano-Schwert. Da brauch ich Closedone-Lust dazu. Das ist aber nicht so gut. Ich brauch Closedone-Lust dazu. Ja, hallo, wenn schon Nano, dann richtig Nano, Junge. Alles klar, Alter. Boah, hier gibt's so riesengroße Spinnen. Glaub, ich greife die mal besser nicht an und warte, bis du da bist, Jakob. Warte, ich muss das erst. Jetzt hier hochkommen. Die ist bestimmt dreimal so groß wie die normale. Au, du musst mich halt gehauen. Nein. Seid ihr schon im Nether, nee, gell? Äh, nö. Zu welchem? Zu dem da hier. Zu dem Transformator. Da, nö, nö, hier. Ja, nö, hier. Da, die da. High voltage solar array. Da muss ich's reinsetzen, ne? Dann muss ich's wieder ausziehen. Ja. Ja. Und das tolle ist, die, ähm, minimieren auch Fallschaden. Oh, das ist so gut. Oh, oh, lädt ihr schnell auf. Oh, Flo, jetzt musst du auch machen. Oh, echt jetzt? Der seht ihr echt schnell auf. Das gar nicht. Der Flo muss schon hochkommen und dann hier das reinwerfen. Oh, Sonnenenergie ist doch so was schönes, Leute. Wo soll ich's Kabel runterlegen? Ähm, entweder an der Hauswand oder durch die Decke durch. Aber jetzt müssen wir's eigentlich durch die Decke durchmachen. Ja, dann hier am Rand. Ich mach's hier in der Hauswand drauf. Gas direkt vor mir. Hier machst du hier an der Wand einfach runter. Hier runter. Nein, das geht jetzt nicht. Warum nicht? Das, schau, hier ist High voltage, ja? Ja. High voltage. Der macht das, MV Transformer, macht's zu Medium Voltage. Das Kabel dazwischen ist Medium Voltage. Okay. Ja? Diese LV Transformer macht's zu Low Voltage. Und Low Voltage... Ist das, was wir brauchen? Ja, sonst explodieren die Maschinen. Die ganzen Furnaces und so. Und wer braucht ein High Voltage? Andere Maschinen, glaub ich. Weil das kommt zum Beispiel um die Rüsselvoltage jetzt zum Beispiel. Das kann's nehmen, ja. Ja, komm komm her, ich hab Angst vor dieser Spiegel. Ja, warte, ich komm grad. Wieder werfen wir mal bitte mein Diamantischen Zeugchen. Kann ich jetzt meine Rüstung auch da reinpacken? Nein. Ja. Also ich... Aber da ist noch was drin. Das hab ich grad aus. Okay. Brauchst du noch mehr? Jemand? Nee, nee. Ui, das lädt aber schnell auf. Richtig, das lädt doch schnell auf, oder? Kannst ja eins in das eine und das andere in den anderen. Da ist aber noch was von dir drin. Nee. Nee, das ist meins. Okay, Andreas, wo bist du denn hingelaufen? Das ist ja wie bei Crysis. Warte, warte, komm hier am Portal. Lauf auf der anderen Seite vom... Siehst du mich? Hier, weiter dreh dich nach links. Links. Umdrehen. Und hier oben. Ach da. Genau, läuft ziemlich grade hoch und dann so rechts ein bisschen hoch. Da hinten war vorhin diese dicke Spinne. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Dicke, 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 dicke Spinne. Die ist ziemlich da, wo du rauskommst. Habt ihr den Coke-Ofen schon gesehen? Nicht draußen hingebaut? Aber sie greift dich an. Nein. Kann die was? Die hat 50 life. Ich stehe da unten und... Kann die was? Die hat 40 nur noch. Die hat 32 nur noch. Du bist da schon ganz oben? Die hat 32 nur noch. Die schießt halt einfach. Von unten? Die kann mich nicht treffen. Ich schieße einfach... Das hält aber schon deutlich länger als die normale Rüstung, oder? Ist sie tot, Jakob? Ja. Ja, und du kannst halt einfach immer wieder aufladen. Das ist schon ziemlich praktisch, jo. Ja, voll gut, Jakob. Dann kannst du hier hochkommen. Ich bin hier schon gleich am Soul-Zimmer. Nee, warte, die haben so einen Goodie, so einen Spoilspack fallen lassen. Was haben die fallen lassen? Oh, ganz... Es gibt auch diese... Diese Geschenktüten. Ach so, ja. Ah, okay. War gut. Ich weiß, ich kann meine Eisenrüstung wegwerfen. Nee, du kannst auch einfach in die Truhe werfen. What the fuck? Ist das da hinten Cobblestone, Jakob? Ich habe erstmal Heatsand hier. Was? Wo? So. Wenn du hier gerade ausguckst, siehst du da auch Cobblestone? Ja, hat er mir hier Wasser reinlaufen lassen. Wahrscheinlich, ja. Nicht von uns. Gut, Jakob, du siehst die Festung? Das ist Cobblestone, oder? Ja. Das ist Cobblestone. What the fuck haben die hier im Nether schon veranstaltet? Wie viele Pumpen da hochgehen? Äh... Die sehe ich leider nicht. Okay, Jakob. Auf in die Festung. Na, noch ein bisschen zu Hause mitnehmen. Oh, ich habe keine Schaufel dabei. Du machst das. Hast du Baumaterial dabei, um da rüber zu bauen? Aber du baust doch halt was ab. Ja, aber ich würde ungern auf Souls und darüber laufen. Was? So hell, bauen die hier im Nether? Nachher mal da rüber gehen und gucken, ey. Ich kann ja kurz was abbauen hier. Das ist ja auch dreckig. Was ist denn das hier? Ich baue mein Nether-Quarz ab. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Das brauchen wir. Gute Erfahrung. Ey, wo baust du die Zeichen? Ich hätte vielleicht eine Schaufel mitnehmen sollen. Ey, Jakob, du musst mir eine Deckung geben. Ich habe dir ja extra eine Diamant-Schaufel noch gemacht. Wolltest du dir fast noch geben. Was muss ich machen, Andy? Du musst mir jetzt Deckung geben. Ja, äh. Ich habe ja schon mal einen Pikmin hier. Oder können wir doch einfach hinlaufen? War das ein Pikmin? Ich habe doch, wir gehen jetzt erst mal rechts rüber da. Das ist über die, über die Spitze daraus. Ja, okay. Ah ja, gut, das ist ja nicht weit. Ach, scheiße. Ich habe mir das auch angenommen. Schlag mal so einen Pikmin? Nein, wir schlagen keinen so einen Pikmin. Und der Andy baut das jetzt auch noch ein bisschen sicherer hier. Ich kenne mich. Richtig. Ich bin vorhin schon fast in der Lava krepiert. Nur hier ist dieses Zeug, das man nicht abbauen kann. Oh. Welches Zeug wo? Das ist hier im Boden. Ah, hier ist so ein Baum. Ich habe mich auch so gefühlt, dass das Holz ist. Ja, aber ich habe es mit einem gerade versucht abzuh- Ne. So Jakob, jetzt bauen wir uns einfach eine Lava fest. Äh, ey, wo will ich denn schon wieder hin? Bin runtergehüpft. Ja, kann man runterhüpfen? Ja. Oh, der Fallschaden wird reduziert. Oh, ah. Ich baue mal den Baum ab. Beziehungsweise ihr kriegt keinen Fallschaden mehr von den Dingern. Ich baue mal den Baum ab. Toll, das dauert ja nur minimal lange jetzt. Was, minimal lange? Mit dem Ofen. Was baust du denn da? Was hast du denn da von Ofen? Ich habe da jetzt einen Coke-Oven hingebaut. Ja, du kannst doch ganz einfach... Hä? Hier draußen. Schau mal. Komm mal mit. Friederchen. So. Komm. Und hier wird jetzt praktisch die bessere Kohle draus und dann füllt sie es auf in einen Eimer. Und die brauche ich halt unter anderem für den Bienenstock. Voll gut. Ich bin hier hochgegangen und jetzt suche ich mir einfach einen Eingang rein. Du hast unser Portal gespeichert? Eigentlich nicht. Home. Ja, habe ich. Ist er drin? Ja, und ich baue noch kurz hier ein Nether-Ding ab. Baue mal so ein paar Nether-Bricks ab. Die kann man bestimmt später brauchen. Ja. Ich habe jetzt mal Bock, ein geiles Haus noch zu bauen. Ein bisschen zu verschönern. Ich hoffe, das ist okay. Nee. Ich finde das eher scheiße. Also wir machen nur eine Zreckliche hier mit in unserem Haus. Ich finde noch was Schönes, Geiles bauen. Okay, dann baue ich das alleine. Dann mache ich mein eigenes Team auf. So, Hallihallo und herzlich willkommen zu Andis Team. Andis Schwules Team. Andi. Oh ja. Jure. Böse Menschen. So, was wollen wir denn in der Festung machen, Andi? Ein paar Blazes killen natürlich. Wie heißen die nochmal? Und ich möchte ein Wither. Ja, komm. Auch killen, oder? Ja, alles killen. Hab die mir auch einen Bogen? Oder hab die Pfeile? Muss ja einen machen. Ich habe vorher leider alle Federn benutzt und so weiter. Das machen wir echt unbedingt auch Hühner, ne? Ach, und wir müssen Verzauberungsraum langsam echt aufbauen. Ja. Ich denke, wir haben die Mitglieder. Das machen wir gar nicht mehr. Ich glaube, wenn wir ein gescheites Gerb haben, brauchen wir das nicht mehr. Für Spitzhacken, Schaufeln, Schaufeln. Ich habe aber so viele Leben, Erfahrungspunkte, dass ich das habe. Ich bin auch schon wieder Level 30. Okay. Ich glaube, ist Spawner drauf, Jakob? Äh, ja, auf der anderen Seite. Anderen Arm. Okay. Aber der andere Arm, der ist voll von Lava. Ja gut, den werde ich später eh abbauen, hier. Wir müssen uns da irgendwie rüber bauen. Oh, Jakob, I'm burning. Ja, selber schuld. Ich rette sich, wer kann. Jakob ist zuerst. Also, du hast, du hast noch Pfeile, Jakob? Äh, ja, nicht mehr so viele. Nämlich genau noch 30. Und es gibt keine Pfeile mehr? Es gibt so Leuchttranken. Ja, wir haben halt, äh, keine, keine Dinge mehr. Was ist denn das da hier? Federn mehr. Ja, genau, Federn. Andi, was ist denn das über uns? Erstmal fehlt da bei mir die Decke. Die Lava fließt nicht weiter runter. Ja, eben, das ist bei mir auch so. Keine Ahnung. Und das Blaue da? Weiß ich auch nicht, was das ist. Du musst dann mal hochbauen. Hast du Zeug zum Hochbauen? Ja, ich geb dir was. Ja, ich weiß ja. Achso, das plantet ja alles in meiner Specpack gerade. Ja, danke. Bitte. Nicht in meiner Specpack, sondern in dem Ding.